Bei uns in der Stadtbibliothek Köln findet ihr, neben den Tiptoe-Stiften, die zum Lesen und Abspielen notwendig sind, zahlreiche Tiptoe-Bücher und Spiele. Mit den Büchern können entweder neue Wissensgebiete entdeckt, spannende Abenteuer erlebt, lustige Geschichten gelesen oder erste Wörter und Fremdsprachen gelernt werden. Mit der beliebten Wieso-Weshalb-Warum-Reihe können neue Wissensgebiete entdeckt werden. Spannende Abenteuer zu mitmachen und lernen lassen sich in der Lese-Lausch-Abenteuer-Reihe, der Expedition Wissen-Reihe oder der Mein-Lern-Spiel-Abenteuer-Reihe erleben. Erste Wörter oder Sprachen lernt ihr ganz leicht mit der Mein-Wörter-Bilder-Buch-Reihe, den Bilderlexika oder ganz einfach mit den Grundschulwörter-Büchern. Neben den Büchern gibt es Spiele für alle Altersklassen ab ca. 3 Jahren. Wissen und Quissen-Kartenspiele bieten jede Menge Rätsel-Spaß. Mit den Create-Spielen kann man seine Kreativität freien Lauf lassen und die Spiele individualisieren. Da ist gute Unterhaltung vorprogrammiert. Kommt einfach in der Zentralbibliothek oder in einer unserer Stadtteilbibliotheken vorbei, stöbert nach Lust und Laune und leid aus, so viel ihr tragen könnt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.